Wunderschönen guten Morgen. Der heutige Tag ist im Schwerpunkt der Justiz und da könnte man fast einen Spruch ins Treffen führen. Ist der Staat erst korrumpiert, lebt es sich ganz ungeniert. Und genau das ist der Punkt, den wir heute im Zusammenhang mit der Justiz auch durchgehen wollen. Es ist eigentlich der Tag des schwarzen Netzwerks in der Justiz und es spiegelt auch den tiefen Staat wieder, wie er lebt und lebt. Das muss man eingangs einmal sagen. Als erster Gast beert uns heute der Herr Staatsanwalt Schneider und da gibt es schon starke Hinweise darauf, dass der Herr Staatsanwalt Schneider natürlich ein ganz fixer und wichtiger Pfeiler im System Pilner-Check ist. Wir dürfen nicht vergessen, er wird auch immer wieder in Chats genannt. Der dürfte also wirklich zum engen Kreis dazugehören. Eine interessante Rolle hat der Herr Staatsanwalt Schneider insofern eingenommen, als dass er dafür gesorgt hat, dass die Gläubmüller-Chats, die sogenannten Gläubmüller-Chats nicht zum Akt dazugenommen werden. Das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wer hat also Auftragstäter oder nicht, das werden wir versuchen herauszuarbeiten. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese Chats nicht im Akt sind. Wozu kann das führen? Ganz einfach zu Verstreichen von Fristen. Also es gibt ja eine gewisse Verehrung, die auf diesen Amtsmissbrauch Vorwürfen darauf lasten. Das haben wir auch im Untersuchungsausschuss schon herausarbeiten können. Und wenn man als Staatsanwalt hergeht und das einfach lange genug nicht zum Akt nimmt, dann ist irgendwann einmal die Frist vorbei und dann sind die Streifrechtsdatbestände auch nichtig. Das sollte man wissen. Wir haben auch Informationen aus der Justiz, dass es eine durchaus geübte Praktik ist, dass man Dinge so lange verschleppt, bis dann Verjährungen eintreten und schlussendlich das auch nicht mehr geahndet werden kann. Also da wird uns daher Staatsanwalt jedenfalls Rede und Antwort stehen müssen. Weiters war er auch Fallführender Staatsanwalt in der Causa Hessenthaler. Das kann man jetzt einmal so stehen lassen. Was mir aber nur wichtig ist herauszuarbeiten, ist offensichtlich der Mann fürs Grobe. Das heißt also, wenn es um politisch brisante Fälle geht, dann ist der Herr Schneider zur Stelle und deswegen werden wir uns auch intensiver mit ihm befassen. Eine weitere interessante Rolle hat er in der sogenannten Schredder-Affäre eingenommen. Sie erinnern sich Arno M. und der vereitelte Zugriff auf den Computer und das Telefon von Arno M., um nachzuweisen, wer vielleicht diesen Schredder-Auftrag gegeben hat. Auch das ist vereitelt worden. Und da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Ursprünglich kam der Hausdurchsuchungsauftrag von der WKStA. Das ist damals von der Sokotep vereitelt worden. Vielleicht ist das auch einer der Mitgründe, warum der Chef, der damalige, der Sokotep heute Chef des Bundeskriminalamtes ist. Jedenfalls wurde die Schredder-Affäre dann von der WKStA weggezogen. Wohin? Dreimal dürfen sie raten. Natürlich in den Marktbereich von Oberstaatsanwalt Fuchs, in die Staatsanwaltschaft Wien. Und auch dafür war der Herr Schneider verantwortlich. Das heißt also, wir sehen, dass es sich um eine durchaus interessante Persönlichkeit handelt, die heute zu uns kommen wird. Nicht zuletzt auch deswegen, weil er auch in einem Chat genannt worden ist, und zwar Chat Pilner, Jack und Fuchs. Da ging es darum, Sie erinnern sich an diese Nachricht mit, dass er ist ein Putsch und wie man gegen die WKStA vorgehen könnte. Und da wird auch der Oberstaatsanwalt Schneider in einem Zusammenhang genannt, wo es dann um die Beschattung des Oberstaatsanwalts Adamowitsch aus der WKStA geht. Das heißt also, hier wollen wir herausarbeiten, welche Rolle er in diesem Netzwerk spielt und ob er tatsächlich der Mann fürs Grobe ist. Wenn wir bei den Beschattungen und Vorgängen gegen die WKStA sind, dann kommen wir gleich zur zweiten Auskunftsperson des heutigen Tages. Das ist Frau Mag. Poppenwimmer. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es sich bei ihr offensichtlich um einen Maulwurf der ÖVP in der WKStA gehandelt haben dürfte. Es hat zwischen ihr und dem Oberstaatsanwalt Fuchs einen intensiven Austausch über diverse Messenger-Dienste gegeben. Und das ist sicherlich weit über das hinausgegangen, was man als dienstlich bezeichnen würde, sondern sie hat Hintergrundinformationen über Vorgänge in der WKStA geliefert. Sie hat den Oberstaatsanwalt Fuchs über Aktenstände am Laufenden gehalten und alles das ist über irgendwelche Messenger-Kanäle gelaufen. Also man sieht, dass sie offensichtlich den Auftrag hatte, diese Informationen von Verfahrensständen direkt in die Oster Wien zu übermitteln und damit auch in das Netzwerk Pilner-Check. Und das soll man auch einmal ganz kräftig herausheben. Sie hat also nicht nur dienstliche Dinge mit ihm geteilt, sondern eben darüber hinaus gehen. Sie hat auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Oberstaatsanwalt Adamowitsch, dessen Lebenssituation in Richtung des Herrn Oberstaatsanwalts Fuchs berichtet, seine Lebensgefährtin hervorgehoben, was sie beruflich macht und wie sie in den Fällen verstrickt sein könnte und was sie auch leistet als externe Kraft für die WKStA. Also alles das ist von ihr geliefert worden. Und wenn man jetzt einen kräftigen Ausdruck verwenden möchte für Dinge, die ausspioniert werden, wo es um persönliches Umfeld und höchstpersönliches Lebensinteresse geht, dann kann man schon von Stase-Methoden sprechen, die hier angewendet worden sind und ich verwende dieses starke Wort nicht ganz unbewusst. So, jetzt könnten wir eigentlich davon ausgehen, dass das alles schon reicht, was man hier weiß, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und zwar hat die Frau Mag. Poppenwimmer dann einen weiteren Schritt gesetzt. Und zwar, sie hat die Seiten gewechselt. Sie ist von der Anklägerbank auf die Verteidigerbank gewechselt. Und das ist das, was für mich, wo wirklich das für mich den Fass den Boden ausschlägt. Denn sie hat direkt von der WKStA ohne irgendeine Abkühlungsphase in die Kanzlei Einnetter und Einnetter gewechselt und wir wissen, dass die Kanzlei Einnetter und Einnetter eine ÖVP-Kanzlei ist, die sehr, sehr viele ÖVP-nahe Personen genau in diesen Fällen vertritt. Da stellt sich für mich schon die Frage, wie kann das sein, dass ich auf der einen Seite ultimative Akteneinsicht zur Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionstaatsanwaltschaft habe und auf der anderen Seite in der Sekunde in eine Strafrechtskanzlei wechseln kann, wo ich genau Klienten gegen die WKStA verteidigen soll. Also dieser Wissenstransfer, das muss man mir mal klar machen, wie man das in ein und derselben Person trennen soll. Und es würde mich schon interessieren, wie sie auch sichergestellt hat, dass es dazu keinen illegalen Informationsabfluss kommt. Hat es eine Handauflegung gegeben? Hat ein Indianer Ehrenwort gelobt? Ich weiß es nicht, dass sich keine Internes aus der WKStA applaudert. Insgesamt ist das ein Bild, das aus meiner Sicht katastrophal ist. Und im Übrigen ist es genau ein Modus operandi, wie Legitation PR funktioniert. Genauso funktioniert das zuerst, versuche ich einmal Verfahren zu beeinflussen, indem ich Teil des Verfahrens drinnen bin in der Justiz. Dann gehe ich raus und mache das Ganze von der anderen Seite von einer Rechtsanwaltskanzlei. Und wer glaubt, dass jetzt alles erzählt ist, den muss ich leider nochmal enttäuschen. Denn, ja, die Frechheit ist oft bodenlos. Jetzt nimmt diese Frau Mag. Poppenwimmer auch noch den Herrn Dr. Eineter mit heute als Vertrauensperson in den Untersuchungsausschuss. Und das ist eine Provokation des Untersuchungsausschusses der Sonderklasse. Man muss sich nur die Frage stellen, wie man damit umgeht. Es gäbe 100 Gründe, den Herrn Dr. Eineter heute als Vertrauensperson aus dem Untersuchungsausschuss herauszuschicken. Aber ich glaube, dann würden wir einen Schritt machen, der genau zum unerwünschten Verhalten führt. Dann könnte die Frau Poppenwimmer nämlich nach Hause gehen. Das ist der einzige Grund, warum ich heute seitens der Freiheitlichen Partei davon absehen werde, den Herrn Dr. Eineter aus dem Verfahren zu entfernen. Und somit auch die Frau Poppenwimmer. Denn die muss uns heute Rede und Antwort zu dem stehen, was gegen sie ins Treffen geführt wird. Und deswegen müssen wir sozusagen auf ein Recht, das uns eigentlich zusteht, den Herrn Dr. Eineter des Ausschusses zu verweisen, verzichten. Ich hoffe, es sehen auch die anderen Fraktionen so. Unabhängig von dem, was wir heute anhand der beiden Personen Schneider und Poppenwimmer herausarbeiten werden, sieht man aber, dass wir ein echtes systemisches Problem in der Justiz haben. Die Justiz ist eine Zwei-Klassen-Justiz geworden. Die Justiz agiert offensichtlich auf politischen Zugriff. Die Justiz ist durchsetzt von V-Leuten, die für die ÖVP agieren. Und das ist das Problem, das wir haben. Und das ist auch das Problem der Justiz. Denn genau so verliert die Justiz ihr Vertrauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht jetzt bereits los im Untersuchungsausschuss. Wenn man das alles zusammenfassen möchte, was ich jetzt gesagt habe, dann könnte man eine Fernsehserie drehen, die shameless heißt. Aber leider Gottes ist dieser Titel schon vergeben. Dankeschön. Dankeschön.